Über Malerei zu reden ist ja nicht nur sehr schwierig, sondern vielleicht sogar sinnlos, weil man immer nur das in Worte fassen kann, was in Worte zu fassen geht, was mit der Sprache möglich ist. Und damit hat ja eigentlich Malerei nichts zu tun. Also wenn du mit Leinwandtasten am Anfang da drauf schmieren, was ich will, und dann ist erst irgendein Zustand, auf den ich reagieren muss und den verändern oder zerstören muss, das ist ja kein Entwurf. Es wird mit jedem Schritt schwieriger und ich wäre immer unfreier, bis ich zu dem Resultat komme, wo nichts mehr zu tun ist. Dass Malen nicht nur ein ästhetisches Problem ist, dass es nicht nur darum geht, schöne Bilder zu malen, was ja vielleicht gar nicht so schwer ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017